So, ganz wagemutig, ganz kurz. So, dann kommen wir da raus, okay. Ich höre immer so eine Spinne hier. Och Mann, warum ist hier alles so groß? Da träumt man sich immer so eine riesengroße schöne Höhle zu finden und wenn man sie hat, dann will man sie gar nicht haben. Ja, ja, nein! Ich glaube, der kommt da nicht hoch. Die Sau! Ich habe gerade so den Gedanken, nach oben zu gehen, mich zu regenerieren, schauen wieviel Cleanstones wir bekommen und währenddessen gechillt ein bisschen Holz fällen gehen. Ich mache noch kurz das Eiseneck, hole da hinten die Kohle und dann verpieseln wir uns mal. Wenn ich hier raus finde. Ich hoffe es ja. Hallo, plopp, plopp. So, meine Fakten verschwenden. Oh, hier ist ja auch Kohle. So, ich hoffe da kommt keiner. Gleich steht so ein grüner Typpi neben mir und zack. Psssss. 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 So, blablabla. Oh, da ist ja auch noch Kohle. Psssss. 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 Psssssss. Naja, was passiert ist, ist passiert. Psssssss. 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 Ich glaube schon mein zweiter Tod in Minecraft und sogar der erste fatale Tod. Pssssss. Beim ersten mal konnten wir unser Inventar noch wiederholen. Psssssss. Psssssss. Psssssssssss. Psssssssss. Psssssssssssss. Psssssssssssssss. Psssssssssssssssssss. Psssssssssssssssss. die Fackel weggeschlagen hat sooo meine Lieben Koppels oh je, das reicht glaub nie im Leben deshalb machen wir noch ein bisschen aber ich geh mal nicht weiter, weil sonst verbraten wir noch die ganzen Fackeln das find ich jetzt auch dann nicht so prickelnd da 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 sooo ach ja und ich nehm hier grad schon 50 Minuten lang auf am Stück und Minecraft läuft immer noch ja, danke Tech Wars nochmal es hat wirklich funktioniert aber ja, eigentlich ist es ein bisschen logisch wenn man die falsche Bitversion drauf hat ich hab halt gedacht so ja, die heutige Technik die ist ja so schlau und macht alles so automatisch warum ladet es mir dann die falsche Java Bitversion runter und installiert die auch noch das kann ja nicht sein ich mein, mein Rechner kam an ich hab Minecraft drauf geklatscht ich wollte Minecraft starten dann kam öh, du brauchst noch Java und hier downloaden dann hab ich hier drauf geklickt und dann ja, ladet es mir einfach die falsche Version runter also Java, 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 Java das kann nicht sein Böses Java Böses Java Ich geh mal lieber hoch. Kann ja oben in der Höhle noch ein bisschen Kobbels fahren dann. So, wo war das eigentlich? So. Ach ja. Was war jetzt? Verfick... Ähm, blöde. Kommt, Leute. Was soll das? Was soll das? Was war da? Irgendwas hinten mir, was mich runtergehauen hat. Aber da war noch niemand hinter mir. Dann bauen wir uns halt nochmal ein Schwert und schieben das in den Popo von... Keinem Ahnung wem. Ach so, scheiße. Erstmal... So. Also langsam, glaube ich, wirklich. So. Das war jetzt wohl das Problem, dass ich gesagt habe, boh, wir sind schon zweimal gestorben. Ja, jetzt ist es schon ein drittes Mal hier. Verdammte... Sch... Bödelkacke. So. Aber dafür haben wir wieder volles Leben. Yeah. Ich freue mich so. Lieber hätte ich mein altes und mein neues Sementar wieder. Wo sind wir eigentlich rumgegangen? Also ich habe jetzt langsam keinen Plan mehr. Blop, 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 blop. Ja, ist so rauchig. Und wenn da jetzt wieder so ein Viech rumlandscht, hey. Ich mache ganz viel Aua dem Viech dann. Ach, ich höre schon wieder ein Skeletti. So. Hier sind wir aber falsch. Hu, hu. Tchua. Nein. Geh weg. Wo auch immer du bist. Was macht... Was macht das Viech jetzt schon wieder hinter mir, hey? Wir sind, glaube ich, hier hoch. Oh nein, Spinne. Ähm, wo sind wir hingegangen, Leute? Ah, hier bin ich runtergeflogen. Und hier ist doch gar niemand. Was? Oder ist von da oben jemand? Aber dann müsst ihr doch da unten... Hier. Die ver... Fickte... Spinne. Hier gehen die Lava, du... Viech. Ich schaue mal hier runter, auch wenn es Aua macht. Und ich hoffe, es ist jetzt nichts in die Lava geflogen, weil ziemlich viel verstreut war. Ja, und wie es nicht so anders ist, meine Kohle ist weg, Mann. Oh, das kann doch nicht sein. Wo ist die Kohle, Mann? Ach, da ist noch was. Dreck. Toll. Es kann jetzt nicht sein, dass die Kohle alleine in die Lava geflogen ist oder so. Ich springe gleich nochmal in die Lava her. Also langsam... Ich muss mir jetzt sagen, dass die Kohle, gerade die Kohle, so weit geflogen ist und irgendwo da reingesiebelt ist. Also das glaube ich jetzt nicht so ganz. Ich baue mich mal einfach elegant nach oben. Hier liegt keine Kohle. Nein. Nein. Brauchen wir einen nicht. Nein. Toll, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die ganze Kohle herholen soll. Haben wir noch eine angefangene Erkstatt hatten wir doch. Ja, hier. Toll, wir hatten, glaube ich, 50 Kohle oder so. Das hätte wohl gut gereicht, aber egal. Such mir halt nochmal Kohle. Ist ja egal. Und flieg in die verdammte Lava. Ja. Mann. Gibt es nicht. Oh, ich würde glaube nicht so schreien, weil es schon ein bisschen später abends ist. Also ganz leise. Pssst. Sogar die Musik wird laser. Und jetzt. Volle kann ich schreien, aber nein. Sonst kommt noch irgendjemand und. Ja, das war jetzt nur... Zwei Kohle. Yeah. Alter. Oh, jetzt haben wir das andere auch angefangen. Na ja, egal. Da ist jetzt wieder Lava. Nein, da ist Stein da. Ha, ha, ha. Ich habe es aufgefangen. Ist es schlau, wenn wir hier... Okay, geht noch. So. Blob, blob. Ha, ha. Da ist die Kohle nicht in die Lava geflogen. Och, hier geht es ja durch. Wow. Wow, 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 wow. Was ist das? Das habe ich noch nie in Minecraft gesehen. Nur mal ganz kurz bei Kronk. Ist das böse? Damit kann man doch die... Ich glaube die Sticky Pistons machen. Habe ich noch nie gemacht. Auch normale Pistons nicht. Ha, ha. Dumme Skelette. Du bist endlich gestorben. Oh, Kohle. So, das war's. Kohle, technisch. Wow. Wie viel sind denn da? Wow, Diamant und Kohle. Da muss ich unbedingt hin. Oh, oh, da pflanscht jemand. Wo pflanscht jemand? Okay, da hinten mal nicht. So. Ich laufe mal kurz hier, weil da hinten bei der Dingens da hier, ähm, Lava ist es nicht so toll. Wäre viel cooler, wenn wir hier ein bisschen Kohle finden. Aber das sieht mal nicht so aus. Geht's da oben noch? Oh, Jesus. Nein, hey. Das gibt's ja gar nicht. Ich hoffe, da kommt jetzt vorerst keiner. Stell mich mal hier hinter die Ecke. Okay, kann aber dann glaube ich gar nicht alles abbauen. Und jetzt verstecke ich mich hier. So. Ich hoffe mal, dass es dann langsam mal klappt, lebend an die Erdoberfläche zu kommen. Also, indem man normal hochkommt, ohne zu sterben und besser sagen, ha, hier bin ich wieder. Wie sieht's aus? Es koppelt, wird es reichen? Weiß ich nicht. Kohle wäre noch schön, wenn ein bisschen was. Ach, hier ist eh nichts mehr. Okay. So, kurz am Köpfchen kratzen. So. Ähm, ich hab keine Fackeln mehr. So.